Die Kompetenzen der EU-Mitgliedstaaten wieder zurück in die nationalen Parlamente verlagern. Dieser Ruf wird in der Union immer lauter. Die FPÖ präsentierte heute den 20-minütigen Dokumentarfilm Demokratie unter Druck, wie die EU Staaten und Bürger entmachtet, in dem es auch um die Versprechen geht, die den Österreichern von der damaligen rot-schwarzen Regierung im Jahr 1994 gegeben wurden und was daraus geworden ist. Das, was mir so persönlich in Erinnerung geblieben sind, waren nur zwei Dinge. Das erste war die Krone-Titelseite, wo das Versprechen klar war, dass kein Euro eingeführt wird, sondern D-Mark und Schilling bleiben. Wir alle kennen das Ergebnis. Und das andere war der damalige Vizekanzler der ÖVP, der Herr Bussegg, der gemeinsam mit den Sozialdemokraten oder Sozialisten, je nachdem, wie man sie sehen mag, die internationale, im Festzelt der SPÖ abgesungen hat. Es wird einem eigentlich wieder ganz schwummelig, wenn man all das aneinandergereiht sieht, was uns in den letzten 20 Jahren versprochen wurde und was eigentlich nicht eingehalten wurde. Wir haben eine Regierung, die kein Leadership und keine Führungsstärken zeigt. Es geht bergab in allen internationalen Tendenzen, in allen internationalen Rankings sehen wir das. Wir wollen dagegen eintreten. Der Film soll in erster Linie aufzeigen, wie angespannt das Verhältnis zwischen den Brüsseler Eurokraten und der Demokratie ist. Ein Zusammenhang, der in der Medienlandschaft weitgehend verschwiegen wird. Gerade vor so einer wichtigen Wahl wie der jetzigen ist es einfach entscheidend und unerlässlich, dass man sich ein komplettes Meinungsspektrum auch bildet. Und unser Aufruf, den wir machen wollen in Richtung 25. Mai ist, hinzugehen, zu wählen, ein starkes Zeichen für Rot-Weiß-Rot zu setzen und damit auch Souveränität wieder zurück nach Österreich zu holen, damit wir auch eine gute Zukunft haben. Die vollständige Dokumentation Demokratie unter Druck, wie die EU-Staaten und Bürger entmachtet, sehen Sie hier auf unserem FPÖ-TV-YouTube-Kanal.